Hallo, ich bin Elias und ja, ich spiele gerne Minecraft und sitze hier in meinem Kanal oder so, ich weiß gar nicht. Mit der Zeit, wo ich hier rede, versuche ich dieses Labyrinth zu meistern. Das tut so weh in den Augen, ne? Ich habe aber auch einen Orientierungssinn einer Schnecke. Ich halte Elias. Spiele, wie man sieht, gerne im Einkloss. Kann sein, dass ich hier schon lang gegangen bin. Wie gesagt, Orientierungssinn einer Schnecke. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die können sich sogar ganz gut orientieren. Okay, kriegen wir es irgendwie hin, um sich zu lösen? Das tut so weh, ne? Das tut so weh. Bin ich doch schon hinter mir weiter schon mal, ne? Kann sein, dass ich bei dir abkühlen kann. Geben und raus. Weil es einfach gerade die Schirke meinen ganzen Augen. Oh, mein Auge ist so weh. Kommt man überhaupt rein in dieses Loch? Ne, ne? Ne. Pfff. Ich fahr hier lang, hier lang. Geht uns den Zugang weiter? Hä? Wo bin ich doch gekommen die ganze Zeit schon? Hier lang und dann da lang? Ich habe einen Kuchen gefunden, was ist das? Okay. Na gut. Auf jeden Fall schlucken wir uns weiter. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, mach mal ein Auge. Ich habe es perfekt geschafft. Mit durch dieses Labyrinth zu kämpfen. Hier. Okay, das war eine komische Folge. Also, komisches Video. Ich würde sagen, bis bald.